Leuten zusehen, wie sie rasiert werden. Bei jemand anderem. Was? Was gegen Jena-OTPs? Ich... Ich hab kein Problem... Doch, ich hab... Ich hasse Jena als Champion einfach, ja? So viel Peel in einem einzigen Rotz-Champion. So eine gute Jena, ja, die mit zwei Fingern spielt, reicht schon aus. Die muss nur die Q und die Air-Taste finden. Und dann sagen die sowas wie Ähä! Diamond 5 hab ich mir verdient! By the way! Und dann stellt sich raus, die haben mit ihrem Freund gespielt. Freund! Wo sie danach direkt Schluss machen, nachdem er sie auf Diamond 5 geboostet hat. Und dann bleiben die da erstmal in der ganzen Season dann drinnen. Und wenn sie dann runterfallen... Oh, guck mal, ich hab das doch nicht so gemeint! Äh, Leash? Knock! Warte mal. Ja, du... Ich hab das hier. Aber Zoe immer noch Aids ist? Oh nice, er tankt das sogar für mich. Oh, Baby! Jetzt ganz geil, ne? Direkt Q aktivieren. Zack. Und wir kriegen hier noch unsere Ferocity drauf. Nein. Ich hab noch nie einen Vibe auf Diamond 5 geboostet. Oder hab ich? Vielleicht früher. Oder? Also ich weiß, ich hab mal ein paar Duo-Games gemacht, ne? Keine Ahnung. 1, 2, 3 oder sowas. Aber ich hab niemals direkt jemanden komplett irgendwo hingeboostet. Also keine Mädels. Früher hab ich ja mal für Geld richtig Gehlo geboostet. Aber das ist was anderes. Nö, die Raptoren kann ich clean. Das ist doch kein Problem. Oder bist du der Meinung, ich hab grad Probleme im Jungle? Hä? Du hab ein Problem? Loll, wir können FF'n. Wir können FF'n. Wir können FF'n. What the fuck, ey? Nein, ich schreib das lieber nicht. Das demotiviert meine Leblanc. Okay, auf die 20 Gold warten wir noch. Ich hab keinen Bock, für 20 Gold, 50 Gold ins Minus zu gehen. Irgendwie immer so dagegen, das ich mir angeguckt hab. Da war auch diese nutzlose Leblanc drin. Und wenn die einmal nutzlos ist, bleibt die auch nutzlos. Aha, meine Botlin kassiert. Seid ihr blöd? Lass mich doch erst mal ein Range Comp, what? Ey, er hat meine Crocs geklaut. Ja, können wir Go Next machen? Oder was ist der Plan? Scheiße. Ich glaub, er hat meine Raptors geklaut. Er schließt sich von da gekommen. Ah, nee, hat er nicht, okay. Wolfs on my way mit. Nocton sollte dann auch... Nee, er sollte nicht der W6 haben. Ich hab tausendmal mehr Erfahrung als er. Oh, das ist scheiße gewesen. Jetzt ist meine ganze Fähre weg. Ich hab diese Kuh nicht... Oh mein Gott. Ich hab das gerade so hart verschissen. auf mehreren Ebenen. Das ist unglaublich. Bastard. Dass sie den Nocton nicht bekommen hat, ist in Ordnung. Nur mal so, ähm... Weil sie hat ja wahrscheinlich keine Vision auf ihm. More pray, more price. Du wolle Preis haben? Äh, ich weiß nicht, ob es Olaf heute kommt. Weiß ich nicht. Ich hab auch die nächsten Tage Bootcamp. Vielleicht, wenn er morgen gegen Mittag streamt, dann vielleicht noch. Dann geht das. Dann kann ich ihn vielleicht auch noch snipen. Aber sonst muss ich auf nächste Woche warten, weil ich jetzt erstmal Bootcamp hab. Deswegen, Leute... Falls ihr auch mal der Grund sein wollt, warum ich so da nicht snipen kann, dann geht ausrufsfähig ein Bootcamp ein. Da kommt ihr zu einem Video. Naja. Wer hätte es gedacht. Übers Bootcamp. Ah, nice. Gute Jabbe. Knocked in the spot. Knocked in the spot. Unlucky, Bruder. Clean ge-executed, meine Freunde. Der Ränger-Buff ist zu viel. Ähm... Sie hätten entweder... Sie hätten nur die Ratio erhöhen sollen. Den Base-Damage noch zu erhöhen, finde ich nicht gut. Dragon and Swap. Walk the Killers' Path. Die Dame reingewarren. Ja. Ja. Die Dame, die reingewarren. Lol Äh, nice try, lol Okay, nice try Okay 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 Ich bin da ganz echt, Leute, ich hab da actually Bock drauf Ich hab meine Combo verkackt Oh, ich hab die Crew vor dem Jump gemacht, fuck Egal, scheiß drauf, wir haben, wir haben Wir kriegen eh alle Das ist okay, wir kriegen eh alle NP-Boys NP-Boys Can't you doing giga good by the way Okay Scheiße Dein Thumbman beim neuen Video ist das erste Sahne Danke, I guess Ich mach die ja selber nicht mehr Äh, ab Aran mit Teamfighter WN-SFK, nein, aber Aran kann dir In Skill-Shots dort schon helfen Warte, warte, was ist denn für dich Teamfight-Awareness? Was ist denn für dich Teamfight-Awareness? Ja, also, was heißt ja aufregen und dann scheiß drauf Individuell gesehen War das, was ich gemacht hab, scheiße, ja Ich hatte halt so gesehen Glück, dass mein Team Das hat nochmal gerettet hat Okay, der ist Full-MR Den One-Shot ich Ey Bro, damit ich One-Shotten kann Scheiße Scheiße Hier ist eine Ward drinne Die ist ausgelaufen Scheiße Das war sehr greedy von mir Ich hätte warten sollen, dass meine Coulons wieder kommen Zum Beispiel habe ich auch Hier an der Stelle außen auf den Wrap-Off drauf gesprungen Ich wollte sofort auf Nocturn drauf Ah, es war nicht gut, ich grüge hier gerade ein bisschen rum Sollte aufhören Das ist wieder ein bisschen schlau und mit Todes spielen, Leute Ich brauch die Gold Wie lange bin ich noch tot? Vielleicht reicht das aus Ja, da hab ich gerade hart gehintet Naja, drauf geschissen Ich möchte meinen Senpai hier nicht enttäuschen Nee, mit Renga kaufe ich mir niemals das Jungle-Item Also, vielleicht Maximal die Farbe So, wenn noch das Wenn so Gold dafür übrig ist Aber sonst eher nicht Noll, wie die einfach umgehen Was für ein Zeitalter sind wir ja Ist hier der eine Tank hat zu viel Leben Und der andere hat zu viel Mana Ich hab aber echt voll wenig Damage gerade Was ist hier noch ein Wort? Ja Die sehen mich gerade komplett Die sehen mich überall Scheiße Fuckin' Eagle, ah Hauptsache Jenner spielen Hehe, Jenner Main By the way Leute, das ist ein schönes Gefühl, wenn ein Tank mal keine Scheiß-Ninia-Tabis hat und mich für 5000 Jahre tanken kann. Echt? Pfeffer im Auge brennt? Danke, Mann. Du hast mich heute mit neuem Wissen bereichert. Hä? Äh, get Herald, by the way. Hey, Pilvios. Freut mich, dass ich dein Lieblingszwerg bin. Beute es aus. Ne, drauf geschissen. See. Fliegen. Ey, boys, was? Können wir aufhören zu trollen? Hallo, Team? Äh, can we stop inting? Wow. 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 Don't, 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 you come out of here. Ich bin tot, nein, ich bin tot, egal, scheiß drauf, da rum gebracht. Kommt ihr aber weg, kommt ihr weg. Ne, die sind alle tot, die sind alle fucking tot, ich hab keine Ahnung, was die da machen. Um, I don't want to be rude. Und, let's play with Bray now. Okay, jetzt kann ich Jenna eh fett ins Knie ficken. Hä, hab ich keine Seele bekommen? Warte, warte, warte. I use Herald on bots, we rush Nash. Na, 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 Ganesh. Das ist nur dafür da, um die rauszusauen. Keiner traut sich rein, wenn Rengar die Ultia macht. Das war halt auch generell nochmal für ein bisschen Vision. Ah, ich soll da topen gehen. Wieso dort machst du das Ding? Ähm, Nash wären 20 Sekunden gespawnt, deswegen wollte ich den Herald ranholen, dass er vorläuft und unten einpusht, damit die Gegner sich da einscheißen. Ja. So, hat doch geklappt, ne? So, wenn die hochkommen, macht dann der Herald dann unten Druck. Und wenn die nicht hochkommen, ähm, dann kriegen wir halt Nash. Ah, wir haben Tauern noch bekommen, nice. Insane, boys. Bin ich der einzige, der Nash hat, oder haben die alle... Ne, ich hab alle geregelt, okay. Ja, Rengar-Buffs sind super strong. Ich find die sind zu stark. Base-Damage-Irgung hätte nicht sein müssen. Ah, ich brauch noch ne Seele. Okay, nice. Ich hasse Zoe, was nicht Rengar ist. Warte, ich kann die Drachen eben machen, ich kann eh nicht mehr tun. Ah, nice, die Enten, das ist perfekt. Na, was heißt, ich hasse am meisten Tanks. Es sind nicht Tanks direkt, die ich hasse. Es gibt gewisse Metas, die ich nicht mag. Man muss nicht angekommen, es ist nicht DrachenNthy, was es macht oft so viel Nerven? Ja, Leute, Vision ist wichtig, ne? Worts zu haben ist immer ganz wichtig. Stellt euch vor, ihr werdet die Zoe. Wunschmeter Season 3. Alle, die ich umbringe, sind mögliche Solas. Alle Keras, die ich umbringe, sind mögliche Solas. Ich muss diesen One-Shot perfektionieren. Unstoppable, by the way. Wo denn dives der denn? Later, Bitches. Holy shit, Mann. Die Mauke habe ich ja übelst zerfleischt. Sie wird herkommen. Oh, Leute, die Triple-Q ich. Ja, Mann. Hat sie immer Glück gehabt mit dem Flash. Was, wenn ich in Solas-Team bin, dann spiele ich halt normal, ne? Was soll ich machen? Mitte runterlaufen? Stellt euch mal vor, ich komme in Solas-Team-Reiter. Lauf einfach erstmal die Mitte runter. Haram, ja? Ja. Die haben wahrscheinlich keinen Bock mehr auf meine One-Shots. Das kann ich verstehen. Ich habe halt diesen Punkt mit Rengar erreicht, wo er ein echt unfairer Champion ist. Go, Top! Go, Top! Äh... Okay. Okay. Interessant. Ihr seid alle tot. Ihr seid alle tot. Alle tot. Habe ich es nicht gecallt, Leute? Rengar Main, by the way. Oh, Kench, ne? Hat er sich verdient. Hat sich der Kench verdient. Wieso mobst du Solas? Das ist kein Mobben. Aber jetzt kommt er zum ... Vielen Dank.